Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Die über die Pilotfolge von Superman & Luis sprechen. Die Serie gibt es aktuell bei Prime Video zu kaufen und die beiden haben mal die erste Folge für euch abgecheckt. Danach wird es etwas bodenständiger. Max und ich nehmen uns zwei Filme vor, die letztes Jahr auf der Berlinale liefen und nun bzw. diesen oder kommenden Monat auch ihren Release hier in Deutschland haben. Das ist einmal das Mediziner-Biopic Scharlatan und das deutsche Drama Fisch, der auf dem Rücken schwimmt. Ob sich das Ganze lohnt? Mehr dazu in ein paar Minuten. Bevor es losgeht, noch einmal der Hinweis. Der Telestammtisch ist ein großes Herzen- und freiwilligen Projekt von vielen, vielen Redakteuren, deren Stimme ihr hier jede Woche hört. Wir verdienen nichts damit, haben im Grunde aber trotzdem Technikausgaben und Ausgaben für die verschiedensten Plattformen und würden uns deswegen darüber freuen, wenn vielleicht der ein oder andere ein kleines Trinkgeld dalassen würde. Links zu Paypal und BuyMeerCoffee sind in der Podcast-Beschreibung. Kein Muss, aber das hilft uns sehr, dieses Projekt hier am Laufen zu halten. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der niegelnagelneuesten CW-Serie Superman & Luis. Ich weiß nicht so genau, ob man Luis sagt oder Luis sagt und so. Kein Plan, wir werden es rauskriegen. Ich habe mir einen Superboy mit dazu ins Boot geholt. Moinsen, Steven. Hallo, lieber Andi. Ich bin sehr froh, dabei sein zu dürfen und die beiden Folgen schon geschaut zu haben, denn ich war sehr gespannt auf diese Serie. Die gibt es ja ganz aktuell für ein paar Euronen bei Amazon zu kaufen, digital in der englischen Sprachausgabe. Das ist, glaube ich, auch mega zeitaktuell zum US-Release. Ich glaube, die sind uns, wenn überhaupt, nur ganz kurz voraus. Da bin ich mir aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher. Anfang März geht es los mit der ersten großen Pilotfolge und die zweite Folge haben wir inzwischen auch schon sehen können. Wie sieht es denn aus? Wie sehr bist du denn so in diesem CW-Universum drin? Ehrlich gesagt gar nicht so richtig tief. Hat mich nie so richtig gepackt. Ich habe immer mal die ein oder andere Serie mal ein bisschen angefangen, ein, zwei Folgen gesehen, aber bin nie lange dabei geblieben. Und ich muss sagen, dass früheren Superman-Serien, die es davor, also vor diesem Universum gab, dass ich die immer mal gesehen habe und ich eigentlich Superman als Superheld auch tatsächlich ganz cool finde und deshalb jetzt auch aufgrund des Looks und des etwas anderen Ansatzes hier dann doch sehr interessiert war. Ja, die alten Dinge kenne ich, glaube ich, auch alle, insbesondere ja auch diese Lewis und Clark-Serie, mit der man durchaus ja Vergleiche ziehen muss, die es ja auch in den 90ern irgendwie gibt oder gab. Die fand ich schon ganz cool und fand es auch ganz nett, dass dann jetzt insbesondere auch Buzz Smallville betrifft und da gab es vor kurzem auch so ein großes Crossover bei den CW-Serien in Crisis of Infinite Earths, die es leider noch nicht gesehen habe, aber auch da kenne ich einzelne Szenen bereits. Als Superman, der wurde uns ja im Laufe der letzten Jahre in verschiedenen Reinkarnationen gezeigt, nicht zuletzt auch Henry Cavill da in seiner großen Rolle aktuell in den Filmen, wo zum jetzigen Zeitpunkt so Gerüchte in die eine wie auch in die andere Richtung gehen, ob er jetzt mit dabei ist bei den nächsten Verfilmungen oder nicht. Sei es drum, eigentlich habe ich bloß Flash die ersten zwei, drei Staffeln geguckt und dann irgendwie abgebrochen, weil mich das alles gelangweilt hat und auch bei Supergirl habe ich den Einstieg letztlich nach zwei, drei Folgen abgebrochen. Als ich dann irgendwann die Szenen sah, die Bilder sah, dass dann da Superman gecastet worden ist, war ich erstmal ganz schön, also ich war negativ überrascht. Insbesondere, weil mir das Kostüm nicht gefallen hat, das er in der Supergirl-Serie getragen hat. Das war irgendwie alles so, das war halt so CW-Optik und das wird irgendwie dem Superman nicht gerecht. Deshalb war ich jetzt so besonders zufrieden, dass jetzt, das konnte man im Trailer schon sehen, mit Superman und Lois irgendwie alles anders ist. Ja, die Optik ist, also ich würde sagen, auf einem extrem hohen Standard. Das ist nicht weit entfernt von Kinofilm-Optik. Auch die Effekte sind ziemlich gut. Fehlen vielleicht die letzten zehn Prozent, um das auch ähnlich gut aussehen zu lassen wie bei einem Kinofilm. Das hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Beim Darsteller, da dachte ich so beim ersten Blick so, oh okay, sieht schon sehr anders aus, als ich mir Superman persönlich vorstelle, beziehungsweise auch, wenn ich das vergleiche mit den anderen Supermans, die es so bis jetzt gab, ist schon was ganz anderes. Aber ich kann es vorwegnehmen, er hat mich dann doch in den ersten beiden Folgen überzeugt. Ja, definitiv unser Tyler Hucklin. Den kennt man, und das wusste ich gar nicht, der ist als Kind bereits bei Road to Perdition dabei gewesen. Das finde ich ganz interessant, das mal zu erwähnen. Und ich persönlich habe ihn gesehen in der Netflix-Serie Another Life. Das ist so ein Science-Fiction-Ding, wo er relativ schnell auch stirbt. Und ich sage mal so, da war er halt einfach mega beschissen geschrieben. Es ist ein beschissenes Drehbuch. Die ganze Serie ist rotzend. Ich habe es mir nur angeschaut, weil es eben Science-Fiction ist und ich auf Science-Fiction stehe. Aber hier glänzt er schon. Und er ist mit Jahrgang 87 sogar noch ein paar Jahre jünger als seine Schauspielkollegin Elizabeth Tullock, die die Lois gibt. Lois würde man jetzt sprechen. Ja, ich habe es letztens bei uns im Podcast auch mit Lois betont. Und da hatten wir dann gleich die Assoziation Superman und Lois Litt aus Suits. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Das heißt natürlich Lois. Lois. Ich glaube schon, dass man dieses O so ein bisschen mitbetont. Ich bin eigentlich mega der DC-Fan. Ich habe unendlich viele Superman-Comics gelesen. Aber wenn man sie liest, muss man es halt nicht so aussprechen. Naja, insofern, die ist halt, wie gesagt, sogar ein paar Jahre älter. Aber das ist gar nicht so schlimm. Die haben eine relativ gute Chemie. Und ich sage es mal gleich jetzt zu Beginn des Casts. Also erst mal, das wird ein Spoiler-Cast, Leute. Das heißt also, ihr werdet hier voll knallhart weggespoilert, was die ersten beiden Episoden angeht. Und ich kann jetzt auch schon mal antiesen, dass ich in dieser Besprechung etwas sagen werde, für das ich mich jetzt schon schäme. Und ich werde es auch, ich sage es einfach jetzt. Und dann habe ich es hinter mir. Und dann komme ich auf die ganzen positiven Sachen zu sprechen. Es ist mir wirklich peinlich. Und ich habe es dir auch schon geschrieben gehabt. Aber die Hauptdarstellerin, also die Elizabeth Pullock, die Lois, die schielt halt. Das ist irgendwie so ein Ding, das ist, wenn sie mal einen Gastauftritt hat bei Supergirl oder irgendeinem Crossover, mir eigentlich irgendwie auch egal. Aber jedes Mal, wenn die in die Kamera guckt und schielt mich da quer an, das hat mich so rausgehauen. Jedes einzelne Mal. Das hat mir ganz viel, ich war es schon kaputt gemacht. Diese ganzen, die ganze Tiefe, die teilweise Dialoge auch entwickeln. Wenn es beispielsweise um die Kündigung geht oder, ja, keine Ahnung, irgendwann sagt sie zu ihm, you do your Superman stuff and I'll do my Lose-Lane stuff. Und das ist ein cooler Spruch. Aber wenn sie dann so schielt, dann wirkt es wie Comedy. Ja, das ist total lustig. Weil du hast mir das ja tatsächlich vorher geschrieben, bevor ich die beiden Folgen geschaut habe. Und da war der Anker ja gesetzt. Also da ist mir das natürlich auch dann direkt aufgefallen. Ich glaube auch, dass es mir aufgefallen wäre, wenn du es nicht gesagt hättest. Aber ich finde es nicht so mega krass, dass ich sage, das wirft mich komplett raus. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding. Die eine Hälfte sagt, ja, man sieht es, aber es stört mich nicht. Und die andere sagt, wie du, du bist schon ziemlich grenzwertig. Das will ich einfach nur mal gedroppt haben. Es tut mir leid für jeden, dem ich jetzt so diesen Makel, wenn man sie überhaupt als Makel bezeichnen möchte, quasi ihn ins Ohr gepflanzt habe. Aber sie ist halt schon cool. Also sie ist halt eine Taffe, sieht insgesamt super attraktiv aus. So eine Lois, die halt zusammen mit diesem, ja eher, ich möchte nicht wirklich sagen, schmächtigen Tyler Höcklin. Aber der, wenn man ihn so als Clark sieht, mit seinem Hemd, immer sehr eng. Das ist schon eher so ein dünner Superman. Das kann man nicht anders sagen. Also Henry Cavill ist da eine ganz andere Portion Mann. Und auch wenn man den aus den Supergirl-Folgen kennt und da die Fotos kennt, da ist er insgesamt auch verhältnismäßig schmächtig. Trotzdem natürlich top trainiert. Und er wird einen 1A-Körper haben und der ist ziemlich genauso alt wie ich. Insofern, ich kann da nicht mithalten. Aber wenn wir ihn dann in seinem jetzigen Kostüm sehen und da gab es einfach ein Update, das sehr viel mehr an das Cinematic Universe erinnert, meines Erachtens. Da sieht das schon krass aus. Da sind sehr viel mehr die Muskeln ausgearbeitet. Und ja, man erkennt über weiten Strecken, dass da Polster eingearbeitet sind. Das ist bei Cavill nicht so krass, weil der halt einfach eine Maschine ist. Aber das sieht schon sehr viel glaubhafter aus. Auch hier gibt es Szenen, wo er was sehr großes, schweres Fliegen tragen muss. Und diese Kraft, die er dabei aufbringen muss, die kaufe ich ihm halt voll ab. Das sieht schon gut aus. Gerade im Kostüm wirkt er wirklich sehr mächtig. mächtiger, als er als Clark kennt tut. Und das ist schon ganz gut. Auch diese Unterteilung zwischen Clark und Superman, die funktioniert ja meines Erachtens sehr gut. Er kann beide, wenn man so will, Rollen sehr gut darstellen. Und vor allem als Clark, ich glaube, da hat man sich hier vielleicht auch für einen etwas mächtigeren Schauspieler entschieden. Weil halt die Ausrichtung ja auch eine etwas andere ist. Also es ist tatsächlich ein höherer Dramaanteil mit drin. Also es geht viel mehr um seine Familie und wie er halt Superman sein und Vater sein halt verbinden kann. Und wie er die Familie halt zusammenhält. Und wenn man da so ein Muskelmaschinenpaket hinpackt, dann wirkt es vielleicht etwas unglaubwürdiger. Aber so hat man wirklich im Grunde genommen, wenn er gerade mal nicht Superman ist, eine in Anführungszeichen völlig normale Familie. Ja, du hast es angesprochen. Es geht hier gar nicht so um die Interaktion des Pärchens Clark und Lois. Das haben wir halt eher in dieser alten Serie gehabt. Und es geht auch nicht um die jungen Smallville Jahre. Es geht jetzt um eine Familie Kent, die gereift ist. Die haben jetzt schon, ich glaube, zehn Jahre, ich weiß nicht, ob das gesagt wird, aber ich denke schon, sind die bereits verheiratet. Die haben einiges erlebt. Die wilden Jahre des Superman sind vorbei. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Auftritte bei Supergirl auch eher in der Vergangenheit angesiedelt sind und eher nicht im Jetzt. Was auch zum Beispiel den Kostümwechsel erklären könnte. Und wir haben eben jetzt diese Familie, die sich mit ganz anderen, alltäglicheren Problemen beschäftigen muss. Es ist eine Dramaserie, nicht jedem wird das gefallen. Ich finde es gut und auch schon so viel jetzt. Ich finde jeden einzelnen Drama-Aspekt hier sehr viel besser umgesetzt als in allen CW-Serien, die ich kenne. Insbesondere bei Flash, wo auch ständig so ein verkrampftes Drama präsentiert wird, das über weite Strecken einfach nur noch lächerlich ist. Habe ich das hier bei den ersten beiden Folgen so in der Form nicht gespürt. Ja, und wir haben hier eben ganz klar Family-Drama. Denn es gibt Kids, zwei Kent-Söhne, zwei Superboys, Jordan und Jonathan. Und währenddessen wir Jonathan aus den Comics zumindest namentlich kennen, ist Jordan eine Neuerfindung hier für die Serie. Ja, und man merkt halt, dass die Serie auch direkt auf diesen Aspekt halt ausgerichtet wurde. Und ich glaube deshalb ist es auch direkt bei dir und auch bei mir halt besser angekommen, weil die Serie halt entsprechend auch geschrieben wurde und da halt mit den Fokus drauf legt. Und das haben die hier ziemlich gut gemacht, wenn auch, ich sag mal, schon relativ überraschungsarm. Also es folgt schon typischen Genre-Konventionen. Ja, also wenn du jetzt die beiden Söhne zum Beispiel hast und dann schon früh mitbekommst, na, einer oder vielleicht beide haben irgendwie Kräfte und dann denkt man natürlich zuerst, es ist der Sportliche, der sowieso jetzt schon so im Football-Team als Quarterback, als Jüngster irgendwie da gecastet wurde und der wird es dann sicherlich sein. Und am Ende ist es halt aber doch der Nerdy-One von den beiden, der die Superkräfte hat. Es ist so ein typischer Twist, der halt aufgebaut wird. Oder dass halt der Vater von Louis Lane, der als General arbeitet, da wird jetzt schon vorgeschadowed, dass er sich wahrscheinlich irgendwann gegen Superman wenden wird. Das sind alles so Dinge, die kennt man irgendwie schon aus anderen Serien. Aber es ist halt stimmig umgesetzt und wie sagt man so schön, never change a running team. Also wenn man weiß, dass was funktioniert, dann muss man es nur gut umsetzen. Und ich finde, das haben die hier in den ersten beiden Folgen sehr gut gemacht. Definitiv. Es gibt eine Menge Dinge, die halt einfach gesetzt werden, aus denen sich noch ein ordentlicher Plot entwickeln kann. Also so viel kann man jetzt auch schon mal sagen. Es gibt auch einen Antagonisten. Ich werde jetzt nicht den eigentlichen Namen des Antagonisten sagen. Das wäre jetzt ein absoluter Spoiler. Den würde ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ist aber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht so relevant, wie der heißt. Fakt ist, dass der einen Raumanzug trägt und echt krass ist und ordentlich auch mit Superman mithalten kann, was das Prügeln und Fliegen angeht. Und mit dem gibt es ordentliche Action-Szenen. Die haben mir auch Spaß gemacht. Und ich finde auch, sag ich mal, also andersrum, ich finde die Erklärung, warum er böse ist, soweit ich sie bis hier im jetzigen Zeitpunkt kenne, ein bisschen daneben, ein bisschen doof, doof einfach. Aber das ist halt auch Comic-Logik. Und sie passt auch ganz gut, soweit ich es kenne, ins restliche CW-Universum, wo das eben im letzten Crossover ja auch zu einer Art Reboot kam oder Reset irgendwie von diesem Multiverse-Ding. Also da passt es so ein bisschen mit rein, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Das waren ganz coole Kämpfe. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ja, mit General Lane halt, meinetwegen. Also das war schon der Typ selbst, der wird gespielt von Dylan Walsh. Das Gesicht kennt man von dem einen oder anderen Filmserie, keine Ahnung. Also das hat man schon mal irgendwo gesehen. Ich finde es auch mal ganz gut, dass der letztlich so eine Art, ja, eigentlich ist das ja der Commissioner Gordon Supermans jetzt hier in der Serie. Also der eben immer so ein bisschen zur Seite steht, der immer irgendwie die coolen Infos mit nach Hause bringt, der auch regelmäßig nach Smallville gefahren kommt, hat da einen Koffer mit geheimem Videomaterial, das er eben unbedingt mal zeigen muss. Das ist also schon ganz cool irgendwie. Und ich habe aber auch noch einen Kritikpunkt, auf den komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht hast du noch irgendwas zu dem weiteren Cast? Ich würde nur nochmal kurz bei Dylan Walsh einhaken, denn ich habe mich sehr gefreut, ihn mal wiederzusehen, denn ich habe ihn kennen und lieben gelernt in Niptak, damals in der Schönheitschirurgen-Serie, die übrigens sehr zu empfehlen ist. Ist schon ein paar Jährchen her und ich glaube, der hat danach nie so richtig Fuß fassen können, immer mal in einem Film hier und da dabei gewesen. Aber dass er jetzt mal wieder in einer Serie zu sehen ist, hat mich sehr gefreut. Und ich finde ihn auch gut. Ja, sehr schön. Es gibt um diese Serie schon jetzt, beziehungsweise gab es so einen kleinen Shitstorm. Denn eine der Drehbuchautorinnen ist gefeuert worden. Ich weiß nicht, ob in der laufenden Produktion oder nachdem sie bereits abgeliefert hatte. Es geht inhaltlich um die Frage, wie hier mit People of Color umgegangen wird. Man muss ganz klar sagen, das ist eine durch und durch weiße Serie. Es gibt nahezu keine nicht-weißen Charaktere. Und wenn es die mal gibt, dann sind es halt die Bösewichte. Und das ist schon erst einmal nach zwei Episoden eine relativ bescheidene Ausgangssituation für das Jahr 2021. Wir können nur hoffen, dass da vielleicht noch ein bisschen was passiert. Und auch gerade der Antagonist, der dann jetzt hier schwarz ist, dass der vielleicht, sag ich mal, einfach nochmal was anderes ist, als einfach nur Böse und Rache will. Das wäre halt schon irgendwie cool. Und auch wenn es vielleicht noch aus der Schule zum Beispiel, die Jungs gehen auch zu einer Highschool oder was auch immer das ist. Ich kenne mich da nicht so aus. Wenn da vielleicht nochmal Charaktere auftauchen würden, die nicht einfach nur weiß sind, also ich glaube, der Chief, der Coach vom Football-Team, der ist auch Person of Color. Aber so insgesamt ist es schon ganz schön weiß alles so. Und das ist ein bisschen schwierig. Man hätte hier vielleicht noch was machen können. Wir sehen ja zum Beispiel auch noch die Lana. Lana ist eine Schulfreundin von Clark. Die kennen wir auch. Auch die spielt hier eine Rolle. Man bringt dann natürlich ein bisschen Bezüge zu seiner Kindheit zurück. Und ja, das will ich auf jeden Fall mal gedroppt haben, dass jetzt hier schwarze Personen absolut noch nicht so richtig gut wegkommen. Ja, die Serie hat natürlich noch ein bisschen Potenzial, sich da zu entwickeln. Es gibt ja bis jetzt nur die zwei Folgen. Ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen mal spekulieren, wie es weitergehen könnte. Hast du noch Punkte zu dem, was wir schon gesehen haben? Du meinst jetzt, ob ich in irgendeiner Weise eine Prognose stellen könnte? Ich würde gerne so ein bisschen rumspinnen können, worum es handlungstechnisch noch gehen könnte. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Vater von Louis sich irgendwann zwischen die beiden stellen wird und sich gegen ihn wenden wird. Das wird, glaube ich, ein großer Plot-Twist werden. Also dieser Konflikt zwischen den beiden. Es wird weiterhin natürlich mit dem Antagonisten, der jetzt schon eingeführt wurde. Das wird auf jeden Fall auch weitergeführt. Und ich denke mal, das, was jetzt hier auch schon angedeutet wurde, dass halt in dem einen Gespräch von Louis' Vater gesagt wurde, hier, du wolltest hier hinziehen, das ist jetzt sinngemäß, um deine Familie wieder zu vereinen, aber sie wird sie auseinanderreißen. Und ich glaube, das wird auch was sein, was ziemlich starken Einfluss auf die nächsten Folgen haben wird. Dass die Familie einiges durchzustehen hat, um nicht auseinandergerissen zu werden. Ja, das ist auch eine Familie, da finde ich es ganz interessant, wie sich die beiden Brüder verstehen, die ja dann manchmal so wirken, wie als würden sie irgendwelche Schubladen ausfüllen wollen, aber dann irgendwie genau doch nicht. Das ist ganz cool, weil die halt so dann doch irgendwie auch miteinander ganz gut können. Klar ist der eine sportlich und der andere eher so der Emo, sag ich es mal, ein bisschen oberflächlich. Aber letztlich können die dann schon gut miteinander, auch wenn die viel zu alt dafür sind, dass die Eltern selbst erst zu Anfang, Mitte 30 sind. Also irgendwas geht da rechnerisch, funktioniert das einfach nicht, Leute. Muss man halt schlucken. Eine negative Geschichte will ich noch kurz einwerfen. Und zwar haben wir auch eine Projektion des leiblichen Vaters von Carl L. Jor L. Also das kennt man auch aus den Filmen und so. Da gibt es immer diese Projektion in der Festung der Einsamkeit, dieser Eiskristall-Dingsbums, wo er dann halt mit so einer KI spricht. Und tut mir leid, das ist schon ein bisschen scheiße hässlich. Also das ist nix geworden. Ich weiß nicht, ob mal, also tut mir leid, vielleicht hätte man einen ohne Bierwampe bekasten sollen. Das wäre doch schon mal schon die Idee gewesen, vielleicht für diesen Jor L. Das will ich vielleicht nochmal erwähnen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass man den Weg geht, den ich, sag ich mal, für die Zukunft Supermans auch im Snyder Cut oder in folgenden DCU-Ideen prognostiziere und erwarte, dass man den hier auch in der Serie geht, also uns einen Nightmare oder einen bösen Superman vielleicht zeigt. Da habe ich ein bisschen Angst, weil das wäre ein bisschen einfallslos. Ich bin sehr gespannt, wie man hier auch die Gegner Supermans, die man ja reihenweise auch in der Supergirl-Serie bekommen hat, wie man die hier nochmal neu einführt. Die werden jetzt alle gerecastet, sind das jetzt neue? Also wir hatten hier wirklich von, ich glaube, wir haben Brainiacs sogar irgendwie gesehen und was es halt noch so gibt. Und wir hatten auch verschiedenste Reinkarnationen von Lex Luthor. Ich bin sehr gespannt, wie man das jetzt hier in der Serie benutzen wird oder ob die Serie super eigenständig wird. Ich hatte gelesen, man möchte sich von Crossovern, was die ganzen CW-Serien betrifft, erstmal ein bisschen distanzieren und eher kleine Crossover mit wahrscheinlich dann eigentlich auch Flash eigentlich nur auch machen. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren soll, weil die auch rein optisch ganz krass unterschiedlich einfach aussehen. Das muss man wirklich, das sieht man sofort, man den Trailer sieht, weißt du, wovon ich spreche. Ja, darauf bin ich sehr gespannt. Und ich denke auch, dass der Plot, der sich jetzt um den Job von Lois entwickelt hat, dass der jetzt innerhalb der ersten Staffel eigentlich wieder zu weit geklärt sein dürfte. Denn wer die New 52-Reihe von Superman kennt, da ist das auch schon mit verarbeitet worden. Da gibt es auch diesen Bösewicht, den Antagonisten von Lois quasi. Und das ist alles, naja, ist halt ein gutes Start-Setup, um sie mal als Reporterin, denke ich mal, auch vorzustellen. Das könnte schon gut werden. Also das Letzte, was ich jetzt noch anführen möchte, ist, das kann von einigen positiv aufgenommen werden, von einigen negativ. Es ist schon sehr pathetisch an einigen Stellen, halt auch mit der Musikuntermalung. Und das holt einen schon emotional ab, weil man sich im Grunde genommen gar nicht dagegen wehren kann. Also das machen die manipulativ auf jeden Fall richtig gut. Ich wurde da auch mitgenommen, aber dachte auch so an der einen oder anderen Stelle, das ist jetzt schon ganz schön pathetisch. Aber es passt natürlich zum Ton der Serie und was die Serie sein möchte. Also ich glaube, das kann sowohl positiv als auch negativ gewertet werden. Steven, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wir vergeben, was nicht, Kryptonit-Splitter, ganz klassisch. Ja, wie sieht es aus? Wie viele Kryptonit-Splitter gibt es von dir? Also von mir gibt es vier von fünf Kryptonit-Splitter, weil ich wirklich positiv überrascht bin. Ich wusste auch bis vor kurzem noch gar nicht, dass es diese Serie geben wird. Hab den Trailer gesehen, dachte, jo, das sieht gut aus. Bei den Schauspielern, hatte ich ja schon gesagt, war ich mir nicht so sicher. Finde ich jetzt mittlerweile wirklich richtig gut. Die Chemie zwischen Clark und Lewis passt, die Chemie zwischen den Brüdern passt. Die haben eine gute Story aufgesetzt, wenn auch, wie gesagt, von den Genre-Konventionen her, was man da so an Twists einbauen kann, das ist alles jetzt nichts Besonderes bis jetzt. Aber trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Vier von fünf Kryptonit-Splitter. Bei vier von fünf dieser Splitter schließe ich mich gern an. Ich bin grundsätzlich sehr überrascht. Ich habe sehr viel auch positive Dinge mitgenommen. Bin jetzt schon überraschter als von allem, was ich bei WandaVision gesehen habe, weil da einfach neue Dinge drin stecken, auf die ich halt sehr viel mehr Bock habe. Ich finde die Idee mit den Zwillingen ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass es da so zu sehr in die Teenie-Drama-Richtung geht. Das könnte passieren, aber noch habe ich nicht gesehen. Insofern bin ich da mal gute Dinge. Und wenn ich mich irgendwann an die schielenden Lois gewöhnt habe, dann gibt es eigentlich auch nichts mehr, was mich wirklich an der Serie stört. Sogar der Teiler, also sind das Zahnlücken? Weiß ich nicht. Aber ich finde es irgendwie putzig. Das ist halt auch nicht perfekt. Und insofern vier von fünf sympathische Kryptonit-Splitter direkt in die Brust. Genau. Bam. Ja, geil. Steven, schön war es. Auf jeden Fall hat mich gefreut, das mit dir zu machen und mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Und ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen anfixen konnten für die Serie, weil sie hat es, finde ich, verdient. Sie geht aktuell echt noch ein bisschen unter. Ist nirgends großartig, wird die besprochen. Dabei sind wir schon in der zweiten Folge. Und der ist ganz legal über Amazon kaufbar. Also so ist nicht, wenn euch das Geld wert ist und 2,50 oder 3 Euro, weiß ich gar nicht so genau, pro Folge oder ich glaube 35 Euro oder so für die ganze Staffel. Ich weiß ja nicht, wie viele Folgen das sein werden. Das kann man schon mal machen, wenn man da drauf steht. Und das ist sicherlich eine der besseren CW-Serien. Steven, danke schön. Ja, vielen Dank, Andi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich begrüße euch Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer, ja, zum wahrscheinlich kleinsten Berlinale-Special, welches ein Jahr verspätet kommt, vom Telestammtisch. Hier bei uns in den Filmkritiken haben sich Paul, hallo Paul. Hallo Max. Und ich zusammengefunden, um zwei der Berlinale-Kandidaten im Jahre 2020 zu besprechen. Und beide scheinen jetzt dann demnächst ihren regulären Veröffentlichungstermin zu haben. Namentlich handelt es sich um die Filme Ein Fisch, der auf dem Rücken schwimmt. Den habe ich gesehen. Und Paul hat sich mit dem polnischen, nee, es ist ein tschechischer Film von einer polnischen Regisseurin, Scharlatan, auseinandergesetzt. Hat den geguckt. Wir konnten ihn beide nie, nicht miteinander gucken. Deswegen wird das jetzt hier so ein kleines Frage-Antwort-Spiel, weil wir hatten nur Streams, die jeweils nur einmal geguckt werden konnten. Wenn sich jetzt jemand die Frage stellt, warum besprechen wir Filme, die nicht in der aktuellen Berlinale sind, naja, ich glaube, wir haben keine Streams bekommen. Von dem her, diese Frage ist hiermit beantwortet. Und dann würde ich sagen, springen wir doch schon mal gleich in die erste Besprechung. Und zwar Scharlatan klingt nach einem Medizindrama. Irgendwas mit Elixier, stelle ich mir vor, mit Alchemie. Und da es ein tschechischer Film ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der irgendwie im Mittelalter spielt. Tut er aber nicht. Paul, erzähl mal. Ja, Scharlatan ist ein Film von Agnieszka Holland. Holland? Ja, das ist, also, der Name ist vielleicht unter anderem bekannt, sie war die Regisseurin von Hitler, Junge Salomon. Hm, das ist ein Klassiker. Genau, und unter anderem hat sie auch hier an der Drei-Farben-Triologie mitgeschrieben. Und in diesem Film geht es, also es ist eine Art Biopic rund um den Wunderheiler oder was, Herbalisten würde ich hier beschrieben. Eine Kräuterhexe, eine männliche, oder wie? So stelle ich mir das gerade vor. Ja. Jan Mikulaszek und dessen Wirken wird hier quasi in zwei verschiedenen, mehr oder weniger in zwei verschiedenen Handlungssträngen erzählt. Einmal in den 1950ern, was so die Gegenwart des Films dasteht, wo er schon ein etwas älterer Mann ist und dort in einer Villa quasi die Leute eines Dorfes empfängt und für die Urinproben untersucht und daraus eben Krankheitsbilder ablesen kann und so weiter. Und in der Gegenwart wird er von der Staatssicherheit irgendwann verhaftet und ihm werden verschiedene Dinge vorgeworfen und parallel in einem Handlungsstrang erhält man Einblick in das Leben, was er quasi vorher geführt hat, wie er überhaupt auf diesen Zweig der Medizin gelangt ist, was Einflüsse waren und dann auch eine homosexuelle Affäre wird außerdem noch angedeutet. Ja, muss ja sein. So viel zur Handlung, die sich dann über zwei Stunden erstreckt. Ja, und das merkt man dem Film dann auch an. Okay, klingt, als hättest du ein etwas gräuliches, langwierigeres Stück vor Augen gehabt. Hat er denn trotzdem an irgendwelchen Stellen gefallen? Lustig, dass direkt mit dem Grauen und mit dem... Ne, ich hab mir den Trailer angeguckt, hab halt dann gesehen, der sieht schon verdammt gut aus, aber eben dieses, weißt du, wie halt Hollywood immer Nachkriegszeit darstellt. Also du hast halt matschige Straßen, graue Filter auf allen Personen, dann viel Schatten, wenig Licht, Staub, der durch die Schwaden fällt und so weiter. Viel kühle, viel blau und das ist tatsächlich also, das ist zum Beispiel der größte Unterschied zwischen den beiden Handlungssträngen, also das ist so krass, also dass mir das wirklich immer wieder ins Auge gestochen ist, dass du wirklich dieses Kühle und alles, was du gerade beschrieben hast, hast in den 1950ern und schon, wenn er in der Vergangenheit ist oder so, wenn es dann eben nicht um die Staatssicherheit geht, sondern um die Nazis zum Beispiel. Jetzt sag bitte nicht, bei den Nazis wird's bunt. Ich sag mal so, also es ist schon, die Hakenkreuze, die leuchten da schon in anderen Farben. Na gut. Also es ist wirklich, wenn du, also dann auch in seiner Beziehung und so und das alles, du merkst schon, aha, hier hat man jetzt die Farbsättigung dann doch ein ganzes Stück nach oben gedreht und das ist alles sehr viel bunter und farbintensiver als alles andere. Für meinen Geschmack war das ein bisschen zu viel, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte man vielleicht irgendwie organisch machen können. Ich meine, ja, ich verstehe die Intentionen auch dahinter, ja, so dann auch von seiner Verfassung her, früher hatte er noch Ambitionen oder früher war er noch so frei und Freidenken und so weiter und da ist doch alles gesprossen und dann das Verblastern mit dem Alter, aber. Na ja, gut, okay, aber Biopic fällt und, nee, andersrum, steht und fällt, steht und fällt meistens mit der Person, über die es oder von der es handelt. Ist er denn interessant genug, dass man den zwei Stunden lang beleuchtet? Ja, das ist wahrscheinlich das. Ich glaube, das war die beste Antwort. Ja, nach dem, was du gerade gesagt hast, ist er für mich nicht mal aufgestanden, also er hatte gar keine Möglichkeit, stehen zu bleiben oder dann wieder umzukommen. Er wurde praktisch liegend durch den Film geschoben in so einer Schubkarre. Er wurde geschleift, genau. Ja, also so ein bisschen, so ein bisschen habe ich das wahrgenommen, weil, also das liest, ich habe mir das eben vorher durchgelesen und dachte, ja, okay, das an sich gucke ich mir mal an, aber ich muss sagen, so die ganze Zeit hat er mich eigentlich nicht interessiert und das ist bei einem Biopic, ich glaube, das Schlechteste, was passieren kann, wenn ich danach nicht irgendwie denke, okay, jetzt lese ich mir noch das ein oder andere über ihn durch, aber ich war am Ende so, ja. Ja, das ist so dieser Wikipedia-Faktor, finde ich, der bei Biopics immer eine Rolle spielt, weil, ganz ehrlich, wenn du ein gutes Biopic hast, dann bist du dann nachher nur zwei Stunden lang auf Wikipedia und schaust, was ist da wirklich passiert und welche Unterschiede zur Realität hat der Film, naja, gut, okay. Das ist eigentlich schade. Ja, also hier war es eben so, ich konnte mit der Figur, konnte ich so gar nichts anfangen, die war halt immer da und die wirkte kühl und immer so distanziert, also so richtig, ja, jemand, der seine Bestimmungen sucht oder so und dann habe ich mir gedacht, okay, das wirkt teilweise so wie was, was ich entweder schon mal gesehen habe, irgendwie solche Underdog-Geschichten, die mit seinem Besonderen, der hat aber eine Wunderheilkraft oder so, das kennt man vielleicht schon und mir hat dir eben irgendwas gefehlt, was mich jetzt genau an dieser Person reizt. Ja, und dann kommt es eben noch mit dieser Affäre. Ja, vielleicht ist die ja spannender, erzählen sie mal. Also, du musst dir das so vorstellen, ne, also du hast hier die ganze Zeit eigentlich so ein, ja, größtenteils eher so wirklich nüchtern erzählter Film, der zeigt halt, wie er so Urinproben gegen das Licht hält und sagt, ja, schreiben sie auf, Mann, 85 oder 58, ja, verweisen sie ihn zum Doktor oder so. Ja, Nierensteine, hat noch drei Wochen zu leben. Ja, das war halt so, also das war halt so ganz distanziert und dann kommt diese, diese, diese Liebe noch dazu, die auch so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt, egal, aber schon, also die Einführung des Lovers, in Anführungszeichen. Reitet er auf einem Pferd ins Dorf, trägt er dabei Kleidung? Nein, er geht in das Büro des Arztes oder des Heilers rein, ein Eng, äh, ein Mann mit eng anliegendem weißen Hemd, also das wirklich so eng anliegt, dass man bestimmte Bereiche seines Oberkörpers sehr, sehr deutlich hindurchschimmern sieht, zudem dann noch so einen ganz weiten Ausschnitt mit ein paar Knöpfen geöffnet und dann geht die Hauptperson noch drumherum und bemerkt noch sein sehr auffälliges Aftershave. Oh, ich hätte eigentlich gesagt, mh, okay, also, das fühlt sich jetzt in so vielen Bereichen irgendwie seltsam an. Naja, ist halt nicht sonderlich subtil, glaube ich. Nee. Ach ja, naja, gut, okay, also wirkt zumindest so, als wäre auch die, äh, der Teilbieter-Affäre jetzt kein, ähm, ja, Gassenhauer geworfen wird. Nee, das kommt auch eher so drüber als, also ich kenne ihn wirklich nicht, ich habe ja auch vorher, habe ich noch irgendwas dazu gehört, ich habe auch keine Biografie von ihm gelesen und weiß auch nicht mal, ob das denn, ob er wirklich der große Wunderheiler oder ob er das überhaupt war, weil der Titel Scharlatan, das wird ihm ja unter anderem von den, äh, na, von den Zeitungen, von den kommunistisch geprägten Zeitungen hier vorgeworfen. Ich habe keine Ahnung über diesen, über diesen Mann, habe auch nicht das Gefühl, dass ich nach der Doku so viel mehr weiß. Ja, gut, ist ja auch keine Doku. Nee, nee, das ist richtig, aber ich konnte auch nichts dann so mit den Dingern anfangen und das wirkte eben auch diese Affäre dann so ein bisschen reingestreut, wie als bräuchte man noch so einen Aspekt, ne, mit dem man noch, mit dem man der, dem Drama hier noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, Schwung, äh, verleihen kann, aber, ja, so richtig gelungen ist es meiner Meinung nach nicht. Ja, vielleicht sollten sie solche Filme einfach dann mal von zwei Stunden auf 1,30 runterkürzen und dann... Äh, das hätte wahrscheinlich auch, also wirklich diese Geschichte, je nachdem, wie es nun in seiner Biografie tatsächlich vorging, die tritt erst nach einer Stunde auf und wird dann, findet dann eben auch so ein bisschen Wege in die, in die Zukunft oder in die Gegenwart, aber so richtig, ja, wenn es zum Leben dazugehört, ja, mein Gott, aber dann. Nein. Gehören auch noch viele andere Dinge dazu, die man jetzt hier vielleicht nicht gezeigt hat. Ich kann noch zwei Sachen anmerken, die wir gut gefallen haben. Bitte schön. Ich möchte jetzt nicht gleich sagen, dass sie mir, also, dass sie für mich den Film gerettet oder... Ja, aber wir enden auf einer positiven Note. Genau, ich fand zum, zum einen fand ich die Musikständweise sehr herausstechen, das sind dann, also, es kommt wenig Musik vor, aber wenn, dann ist sie so schief und verzerrte Töne, die dann dem Ganzen manchmal doch etwas Pepp geben, ja, aber dann ist sie auch gleich wieder weg und dann ist auch der Pepp wieder weg und das wirkt jetzt schon so, als müsste ich jetzt noch irgendetwas rauskrammen. Nein, 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 Musik ist ein gleichwertiges, ich spreche auch immer gern über die Kostüme oder sowas. Ja, das war jetzt auch auf meinen zweiten Fakt gezogen, denn ich habe hier noch stehen, ein, zwei Kamerashots waren schön. Oh, aber da waren mehr als ein, zwei in diesem Film drin, oder? Ja, ja, doch, waren mehr, aber da gab es so, ja, auch mal so eine Drohnenfahrt, das sah recht hübsch aus. Na dann, siehste mal, kann man noch ein bisschen was rausquetschen. Wenn du ihn bewerten würdest, in mathematischer Form, wie viele Punkte bekäme er denn? Ja, das war, also ich war erst bei, bei zwei von fünf und jetzt, wo ich das mir alles nochmal so vor Augen geführt habe, bin ich fast bei 1,5, aber ich bleibe jetzt einfach mal bei 2,5, ich verlasse mich da auf mein erstes Bauchgefühl, äh, auf zwei und sage zwei von fünf Urinflächen bekommt dieser Film, ich denke, das ist ganz fast. Jeder, jeder Film freut sich über Urinfläschchen, da kommt immer so neben den Oscar und den silbernen Bären kommt das Urinfläschchen ins Regal. Und apropos, apropos Oscar, wir können ja noch kurz hier erwähnen, dass dieser, der tschechische Beitrag zur Oscar-Verleihung 2021 ist und der bisher auch auf der Shortlist für die Nominierung für einen besten internationalen Film, ähm, ja, dass der da drauf steht, ja. Ah, toi, 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 mehr kann ich nicht sagen, sollen die sich damit rumquälen? Ne, ich hab mir nicht gesehen, das wäre ja jetzt unfair, ähm, kann ja auch sein, dass das halt einfach kein, kein Paul-Film ist und ich fände ihn total toll. Bevor wir jetzt zu meinem, zu meiner Perle kommen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen in den Shownotes unten, wenn ihr mehr solcher Besprechungen haben wollt und vielleicht auch mal irgendwas Aktuelles zur Berlinale, wenn die mal im nächsten Jahr stattfindet, ähm, dann wäre es ganz toll, wenn wir so ganz kleine Spenden von euch bekämen. Jeder Cent zählt, weil, ähm, ja, wie gesagt, damit können wir wachsen, damit können wir auch ein bisschen, äh, unsere, unsere Fixkosten gegenfinanzieren, was dann auch bedeuten würde, mehr Zeit, dass wir mehr geile Filme irgendwie rausfinden können und besprechen können, wenn das irgendjemand will. So, jetzt wechseln wir die Moderatorenrolle. So, Paul, jetzt bist du dran. Hallo Max. Hi. So. Du hast auch einen Film geschaut. Ja, der war auch ganz toll. Der auch schon mit seinem, mit seinem Titel ja schon. Ich konnte mir den Titel nicht merken. Geht's ums Angeln? Nein, es kommt in diesem Film tatsächlich die Hauptfigur, der Fisch, kein einziges Mal vor. Und zwar heißt der Film Ein Fisch, der auf dem Rücken schwimmt, von Elisa Petkova. Das ist ihr Abschlussfilm an der Filmhochschule, ist schrägstrich wahr, dauert ja knapp 100 Minuten und wird jetzt dann, ich schätze mal, ab dem 8. März ist der irgendwo zu finden. Was ich nicht gefunden habe, ist, wo er zu finden ist. Aber dafür gibt's Google und das sollte dann auch schon reichen. Um was geht's? Es geht um eine Dreiecksbeziehung und zwar zieht die Anfangsvierzigerin Andrea in die Wohnung des Witwers Philipp, der dort mit seinem 19-jährigen Sohn zusammenlebt. Muss man sich die Wohnung so vorstellen. Ich würde mal sagen, eine besser situierte Hamburger Vorstadt. Ich weiß zwar nicht, ob sie in Hamburg spielt, aber so in etwa stelle ich es mal in Blankenese vor. Mit so einem Swimmingpool, einem schönen Garten. Und sie ist dann auch vom Typ her eher so Richtung Godard, femme fatale. Also mit so kurzen, blonden Haaren, ein bisschen burschikos, aber dann trotzdem keck und immer ein bisschen geheimnisvoll. Ja, und die zieht da ein und am Anfang findet der Sohn sie ganz dumm, bis er dann irgendwann nochmal entdeckt, hey, das ist eine Frau und mit Frauen kann man ja auch noch schöne, amoröse Dinge tun. Und dann fangen sie halt an, so eine heimliche Beziehung hinter dem Rücken seines Vaters zu beginnen. Das ist mehr oder weniger die Handlung des Films. Es ist leider ein bisschen schwer, da so einen progressiven Faden zu finden, weil in dem Film eigentlich wirklich nichts anderes passiert. Die lernen sich kennen, die verlieben sich miteinander, dann verheimlichen sie ein paar Minuten. Dann gibt es dann noch eine Haushälterin, die mehr oder weniger Hitchcock-esk den Suspense irgendwie reinbringen soll, weil sie eine Person ist, die ein bisschen was von dieser Liebelei mitbekommt und auch schon lange angestellt ist für die Familie und so weiter und so fort. Und dann geht es irgendwann mal so um die Entscheidung, ja wie sieht es jetzt eigentlich aus, wie wird diese Beziehung überhaupt weitergeführt, kann das funktionieren? Spoiler-Alarm, nein, natürlich funktioniert sowas nie und am Ende kommt es dann noch zu einem etwas tragischen Event und dann ist der Film aus. Ja, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber die Handlung kommt mir irgendwie so bekannt vor, dass ich auch mal nachgeguckt habe, woher ich sowas kenne. Kennst du den Film Königin? Nein. Von 2019? Nein. Weil da geht es auch um eine Beziehung zwischen einer Frau und ihrem Stiefsohn. Ja, warte, bei Stiefsohn ist es ja eigentlich in dem Sinn auch, oder? Es ist ein Stiefsohn. Also bis auf das, dass sie halt nicht verheiratet sind, aber ja. Und das war ein Film, der der letzte ist aus, ich glaube aus Schweden oder aus Dänemark und den habe ich gesehen und der hatte, der hatte so, sag ich mal, der hat mich gepackt, der hatte so eine ganz bestimmte Art der Spannung. Wie sieht denn das bei dem Film aus? Hast du ihn nicht gesehen, vergleichen kannst du es nicht, aber vielleicht. Ich meine, es ist ein deutscher Film, glaube ich, das größte Problem ist tatsächlich mit, was ich immer oft habe, aber ist jetzt nichts Neues, bla bla, so ein bisschen die hölzernen Dialoge. Gut, okay, da schaut man schon drüber. Er ist eigentlich vom Erzählstil her sehr, sehr schön, würde ich sogar sagen. Er ist extremst ruhig, er hat extrem, ja, ruhige Bilder, weil er hat eine sehr ruhige Kameraführung, er hat streckenweise einfach nur so ganz leichte, langsame Schwenks. Jetzt war da eine Frage auf die Spannung bezogen, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil, ich würde eher sagen, das ist so ein Film, der alle Erwartungen erfüllt irgendwie und da ist es dann auch schwer, dass Spannung aufkommt, wenn Dinge passieren, die man sich eigentlich eh schon vorgestellt hat. Ganz am Schluss, muss ich sagen, hat er mir dann doch eine kleine Überraschung ins Gesicht gezaubert, weil ich damit nicht gerechnet habe, wie der Film endet. Aber so der ganze Ablauf, ich meine, es sind dann 90 Minuten, die mehr oder weniger in eine sehr vorhersehbare Richtung gehen. Schön gefilmt, schön inszeniert, muss man sagen, ist für, ich würde sogar sagen, für ein Erstlingswerk, also sehr erwachsen gefilmt. Hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gesagt, dass das ein Debüt 90 Minuten ist. Und dann kommt vielleicht ein bisschen mit hinzu, naja gut, die Charaktere sind das größere Problem, finde ich. Also ich sage davon mal abgesehen, dass die Dialoge ein bisschen hölzern sind, kommt es ja dann auch immer darauf an, wie sie verkauft werden. Und da hat man halt dann doch streckenweise das Problem, naja, der Sohn, ist der jetzt wirklich 19, habe ich mit 19 schon so ausgesehen, dann hat der noch einen besten Freund, wenn der auch 19 sein soll, dann stelle ich das noch mehr in Frage, der sieht mehr aus wie ein 40-Jähriger. Dann hast du so diese Femme Fatale, die ein bisschen zu sehr, ja wie so eine Godard-Kopie, irgendwie Jean-Zéberg mäßig durchs Bild hüpft. Und es ist auch keine sonderlich subtile Form der Erotik, die da irgendwie verkauft werden soll. Also du siehst sie auch schon oft genug einfach nackt durchs Bild hüpfen. Ja, es dreht sich ein bisschen einfach viel um Sex und vielleicht auch, ich würde sagen, wenn du da so eine Meta-Ebene haben willst, dann ist es so dieses Steinbock-Gehabe, dass der Sohn mit seinem Vater auskämpft, obwohl der Vater tatsächlich in dem ganzen Film die sympathischste Figur ist. Dem kann man eigentlich gar nichts vorwerfen. und im Prinzip ist es auch die Figur, die dann am Ende am meisten leidet eigentlich. Wie behandelt denn der Film überhaupt dieses Thema? Wie geht er denn daran? Ist er also so, dass er das klar herausstellt oder ist er eher, also bietet er zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, das zu betrachten, verschiedene Blickwinkel oder würdest du sagen, er zeigt halt einfach so, wie es ist und kommentiert oder macht da gar nichts mit? Er ist eigentlich fast dokumentarisch. Also ich würde sagen, dass es da kaum Interpretationsmöglichkeiten oder Spielraum für den Zuschauer gibt. Ich meine, du siehst halt da einfach den Verlauf einer Beziehung, die mehr oder weniger damit anfängt, dass sich die Leute am Anfang nicht leiden können. Und dann kommt halt eine erotische Anziehung und dann finden sie sich auf einmal super toll. Und dann, weißt du, am Ende kommt es dann mehr oder weniger zu so einer Art Showdown im Wald. Und ja, ist halt auch ein bisschen typisch deutsch. Dann verhalten sich Erwachsene wie Zwölfjährige und spielen Verstecken im Wald. Also das sind dann halt so Dinge, die mehr oder weniger vielleicht, vielleicht sind das so diese kleinen Dinge, die den Film vom Dokumentarfilm wegziehen und ein bisschen ins Erzählerische, ins Fiktive reintriften lassen. Wobei das halt dann auch nicht sonderlich stark ist, finde ich. Ja, aber mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ich meine, wer auf die Farben Türkis und Gelb steht, möge sich diesen Film ansehen. Das kommt sehr oft vor. Wer Dreiecksbezüge gern ansieht, in denen mehr oder weniger, also das ist vorhersehbar, aber so für einen, keine Ahnung, für so einen leichten, geruhsamen Fernsehabend auf dem Sofa doch in Ordnung. Wenn ich Punkte verteilen müsste, wäre ich irgendwo so bei zweieinhalb, also so ein richtiger Durchschnitt. Und den würde ich ihm auch geben. Habe das Gefühl, sind so zwei Filme, die auch gut irgendwie im Nachmittagsprogramm oder im Spätabendprogramm von irgendeinem öffentlich-rechtlichen auf dem König? Ja, hätte ich jetzt so gesagt, ja, dreisart. Irgendwann mal. Dreisart, Themenwoche, Dreikartierung bei mir. Und bei dir Themenwoche, Alchemie und Herbalismus. Ja, genau. Ja, ja, gut. Aber dann haben wir das jetzt hoffentlich vernünftig in die Welt rausgetragen. Ob ihr es anschaut oder nicht, ist eh eure Sache. Von dem her könnten wir da gar nichts sagen. Wir haben euch in manchen Punkten gewarnt. So, bin aber trotzdem froh, dass ich es gesehen habe von dem her. Bildet ein Jahr auch weiter. Paul, dann bedanke ich mich für dieses Sonntagnachmittägliche für uns, Täter Tät. Wir hören uns sicherlich bald wieder. Und an die ZuhörerInnen richte ich ein gut Weiterhör und viel Spaß bei den weiteren Besprechungen. Danke auch Max und tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.